das ist der wollen wir heute mal die haare schneiden aber vorher wollen wir noch kurz mal aufnehmen die haare aus so ich habe sie gemessen 76 cm lang von hier oben bis hier unten jetzt werden wir sie heute hier so mal abschneiden wir müssen diese bf Untertitelung des ZDF, 2020